Hier geht es um Fotografie und du bist genau richtig, wenn dich schnelle Porträt-Retusche interessiert. Heute machen wir das wieder mit Radiant Photo. Radiant Photo ist ja eine Software, mit der wir sehr schnell und effektiv vorgehen können. Und viele von euch haben das Programm wirklich gefeiert und haben sich über dieses Programm gefreut. Einige wenige haben nichts mit dem Programm anfangen können und das ist völlig okay. Für euch mache ich das Video gar nicht so sehr, sondern ich mache es für diejenigen, die sich für das Programm interessieren. Und dementsprechend wollte ich euch hier mal mit auf den Monitor nehmen und zeigen, wie schnell und effektiv ihr eine Porträt-Retusche machen könnt. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ihr seht, ich habe hier mal ein paar Porträts geöffnet. Einfach mal so querbeet und zwar meinen Bruder Silas, der war damals noch 20 Jahre alt. Da habe ich so ein Passfoto oder Bewerbungsbild für ihn gemacht. Und übrigens cooler YouTube-Kanal, wenn ihr die überhöhten Wohnmobilpreise nicht zahlen wollt derzeit. Er baut sich einen Kastenwagen aus und geht Schritt für Schritt mit euch durch auf YouTube, wie man das macht. Und wenn ihr daran interessiert seid, schaut unbedingt unten gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich auch seinen Kanal mal verlinkt. Könnt ihr gerne abonnieren, da freut sich über jedes Abo. Und ist ja auch so ein extremes Spezialgebiet. Aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, wir bearbeiten mal sein Bild. Aber weil er halt da noch sehr perfekte Haut hat, in Anführungszeichen. Im Gegensatz zu mir, alten Mann hier. Das ist ja, das Foto ist entstanden. Vielleicht erinnert ihr euch bei dem Video, wo ich das Kammland 50mm f1.1 vorgestellt habe. Da wollte ich euch mal zeigen, wie das Bild wirkt mit einer Blende 1.1. Und ihr seht, das ist auch gar nicht richtig scharf. Also es wird auch nicht schärfer bei einer Blende 1.1. Das ist ja schon wahnsinnig offenblendig für einen 50mm. Aber genau das suche ich. Ich brauche jetzt ein Bild, wo man vielleicht ein bisschen einen älteren Typen nochmal hat. Das vielleicht vom Objektiv her nicht so genial geworden ist. Und genau das interessiert mich jetzt hier, das euch mal zu zeigen. Ich habe hier in Lightroom nur ganz leicht hier Tiefen und Lichter korrigiert. Mehr ist an dem Bild nicht gemacht worden. Und jetzt mache ich hier einfach Rechtsklick bearbeiten in Radiant-Foto. Und dann fragt er mich, ob ich die Kopie bearbeiten will. Das ist das Schöne. Wir machen am Original sozusagen nichts. Und natürlich ist das Programm nicht nur für Nutzer, die Lightroom haben. Das ist ein Programm, das ist gerade für Nutzer, die vielleicht gar nichts mit Lightroom zu tun haben wollen. Und ihr seht jetzt, hat Radiant mit diesem einen Klick das Bild schon optimiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch den warmen Hintergrund wirkt das Gesicht mir jetzt ein bisschen zu grünlastig oder grünstichig. Aber das liegt daran, was Radiant hier für Presets links automatisch auswählt. Man muss schon fairerweise sagen, zu vorher ist natürlich hier schon richtig was passiert. Ja, wenn ihr gerade mal die Klarheit und Schärfe anschaut, die hier auch gerade in den Details und in den Augen vorhanden ist, die ist schon wirklich sehr beeindruckend. Aber haltet euch fest, das wird jetzt noch viel beeindruckender, ja. Denn ich habe mir gedacht, Radiant hat vielleicht jetzt hier einfach auch das falsche Preset ausgewählt. Das ist manchmal so, also es sieht schon echt gut aus, aber manchmal ist es so, dass man mit einem fast gleichen Preset ein bisschen bessere Ergebnisse hat. Und in dem Fall ist es richtig cool. Und zwar habe ich hier geguckt, er hat Mensch ausgewählt. Das kann für Familienfotos, Gruppenfotos oder einen Menschen, der in der Stadt unterwegs ist, super aussehen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe mir gedacht, naja, eigentlich habe ich ja im Hintergrund weiß und mehr so eine Studiosituation, auch wenn es schlampig ist. Ja, ich habe mir nur eine Lampe ins Gesicht gestellt. Aber ich dachte mir, nimm mal Hintergrund, Mensch, weißer Hintergrund. Und jetzt schaut euch mal dieses unglaublich krasse Ergebnis an, ja. 100 Prozent, 112 Prozent. So war das vorher. Und so ist es jetzt. Die Augenringe sind retuschiert worden. Meine rötlichen Augen sind besser, sie sind klarer, sie sind schärfer. Die Hautunreinheiten sind reduziert worden. Aber auf eine Art und Weise, wo ich wirklich sage, das finde ich noch angenehm. Also das ist nicht zu unangenehm. Also für die Kritiker unter euch möchte ich nochmal kurz aufklären, das ist eine normale Fotografenretusche. Also wir machen hier jetzt keine Zauberei oder was Ungewöhnliches, sondern das ist das tägliche Business eines Fotografen, wenn der im Studio fotografiert. Weil der hat einfach manchmal Probleme im Bild, die er vielleicht mitverschuldet hat. Einmal durch die Optik, einmal vielleicht durch Lichtsetzung. Vielleicht glänzt noch ein bisschen was. Er hätte vielleicht mehr Puder auftragen müssen, etc. Und all diese marginalen, kleinen, feinen Fehler kann halt eine Software sehr leicht korrigieren. Deswegen retuschiert man meistens nochmal nach. Das kann man natürlich treiben bis ins künstliche Verfremden eines Menschen. Das wollen wir hier aber nicht. Sondern uns geht es jetzt darum, einfach ein perfektes Bild abzugeben, so wie wir es vielleicht zu einer Bewerbung auch einreichen würden. Weil wir halt sagen, ich will jetzt nicht unbedingt, dass der jede Hautunreinheit so deutlich sieht. Oder manche Menschen haben vielleicht auch Dinge im Gesicht, die sie vielleicht eher ein bisschen dezenter zeigen möchten. Und jetzt guckt mal diesen einen Klick an, den ich gemacht habe. Es ist einfach unglaublich. Und jetzt ist für uns natürlich interessant. Also das ist der schnelle Modus. Das ist der hier, wo wir ein paar Regler rechts noch haben. Aber für euch möchte ich heute mal ein kleines Tutorial machen, was kann man denn eigentlich machen im erweiterten Modus. Zuerst blende ich mir immer hier erstmal das Histogramm ein, dass ich weiß, wo ich bin. Aber mir geht es bei dem Bild jetzt weniger um Lichtertiefen. Das hat Radiant jetzt schon noch automatisch angeglichen. Sondern mir geht es jetzt einfach mal darum, was gibt es denn für Regler, die uns helfen im Gesicht jetzt vielleicht was zu reduzieren. Vielleicht ist mir die Haut zu glatt geworden. Oder ich möchte sie noch glatter haben. Welche Regler muss ich denn da anfassen? Und das ist ganz, ganz einfach. Ihr habt hier drüben eigentlich drei Unterkategorien. Das ist Farbtiefe, Farbe und Details. Das interessiert uns aber beim Portrait nicht so sehr. Da geht es mehr ums Schärfen und ums Farbgrading. Sondern wir gehen hier auf den Portrait-Modus. Und das ist nämlich auch das, wo Radiant ursprünglich seine Stärke auch hat. Denn die Fotografen, die das entwickelt haben, das sind Fotografen, die machen Studiofotos und geben das Ganze sehr schnell in den Druck, ohne lang dran arbeiten zu müssen. Und für solche Sachen ist das halt geeignet. Und da geht ihr halt hier auf Portrait oder Mensch und dann seht ihr schon, dass er hier automatisch die Augen gefunden hat. Und die sind relativ gut getroffen. Ihr könntet jetzt hier noch manuell eingreifen und den Punkt genau in die Mitte der Pupille setzen. Das wäre so das Erste, wenn ich das Ganze exakt haben will. Aber ansonsten trifft er natürlich die Augen auch so sehr gut. Und dann seht ihr, er hat bei meinem Gesicht, scheinbar bin ich doch noch ganz ansehnlich, hat er nur zwei Regler verwendet. Nämlich Augen und Haut. Ich habe weder Make-up gebraucht, noch hat er mein Gesicht angefasst. Das sieht man hier an den ausgeschalteten Reglern. Aber jetzt kommen wir mal hier bei Augen und da schauen wir mal rein, was wir da machen können. Wir können hier eine automatische rote Augenkorrektur machen. Welcher Amateur hat das noch? Aber es gibt vielleicht viele alte Bilder, die ihr noch auf der Festplatte habt, die ihr hier noch schön verbessern könnt. Er macht Augenbetonen. Das ist diese Klarheit, die er da hinzufügt. Ich gehe mal mit dem Zoom nochmal rauf, dass ihr das wesentlich deutlicher seht. So, also hier seht ihr, wenn ich das wegschalte, sind die Augen jetzt klarer geworden, schärfer geworden. Wir könnten die Augen auch vergrößern. Das ist ja manchmal auch interessant, wenn man so ein bisschen müde geschaut hat, wenn die Augen ein bisschen klein waren. Das kann man natürlich unnatürlich sehr groß machen. In dem Fall würde ich es halt einfach lassen. Und ganz spannend, er hat Augenringe angefasst. Augenringe habe ich ja sowieso, weil ich Tag und Nacht für euch Videos mache. Dementsprechend vielleicht hier auch ganz sinnvoll. Und man sieht schon, er hat eine feine, feine Korrektur unterhalb der Augen. Das wird glatter, das wird heller, das ist einfach klasse. Und ich würde sagen, hey, da gehen wir halt noch gleich mal ein bisschen höher hier. So, also dann seht ihr das auch deutlicher. Also hier, so sieht das schon sehr cool aus. Und er fasst halt hier die Partie unter den Augen an. Auch der Brillenschatten wird weggesoftet. Das finde ich sehr, sehr gut. Reflexe ist auch ein witziger Punkt. Und zwar könnt ihr da ins Auge noch ein Highlight setzen. Ihr kennt das bei professionellen Shoots. Da habt ihr manchmal den Blitzschirm von dem Fotografen noch drin. oder die Softbox. Oder ihr habt es unter freiem Himmel gemacht. Und das könnt ihr hier jetzt auswählen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel ein Ringlicht auswählen. Dann habt ihr dieses Ringlein hier im Auge. Das ist natürlich eine Spielerei, aber ja, ist ganz witzig. Hier ein Beauty-Dish kann man reinmachen. Lassen wir auch weg. Wir lassen das jetzt mal so, wie Radiant das für uns gemacht hat. Beim Gesicht könnten wir jetzt hier noch eine Modellierung machen. Das heißt, wir könnten, manchmal hat man das, wenn man, das muss nicht immer was mit Eitelkeit zu tun haben, und das hat man manchmal auch einfach durch die Objektivverzerrung so ein bisschen. Da kann man hier das Gesicht unten in der Kinnpartie noch schmaler machen. Ihr seht das, das sieht dann auch ein bisschen seriöser aus vielleicht nochmal. Klicken wir mal wieder weg. Wir könnten Zähne aufhellen oder Lippen korrigieren. Lippenkorrektur ist, glaube ich, eher was für Lippenstift. Denn, wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, Lippenkorrektur, dann seht ihr, das ist fein, das ist schön. Ich würde es noch ein bisschen dezenter machen. Aber wenn man das übertreibt, dann sieht das auch wirklich wie Lippenstift aus. Und ich denke, in die Richtung geht es auch. Und wir könnten hier unten sogar noch Feinmittel oder Grob einstellen. Das wäre jetzt grob. Ja, sieht jetzt sehr schlimm aus. Aber von Weitem sieht es aus wie Lippenstift im Grunde. Und ich glaube, in die Richtung geht das auch. Es geht hier um einen geschminkten Mund. Und das könnte man natürlich jetzt erstmal ganz fein lassen. Also ich glaube, 25 war der Startwert hier. Und das sieht auch wirklich besser aus. Das würde ich sogar angehakt lassen, wenn ich das so mache. Dann kriegt die Lippe nochmal so ganz leicht Struktur rein. Das ist echt gut, muss ich sagen. Überhaupt, ihr seht das Ergebnis. Ich habe ja eigentlich, ihr denkt dran, am Startbild. Ich habe ja seitdem kaum was verändert. Ich habe ein bisschen die Augenringe hochgezogen. Das war es jetzt noch. Ansonsten ist das immer noch so, wie Radiant das mit einem Klick gemacht hat. Aber Radiant, muss man dazu sagen, hat hier das Preset Menschen genommen. Das fand ich jetzt nicht so geeignet. Ich finde Menschen weißer Hintergrund besser. Und übrigens auch beim nächsten Bild werdet ihr das sehen. Das habe ich nämlich schon mal ausprobiert. Dann achtet mal auf Haut. Haut hat er bei mir viel machen müssen. Wenn ich das wegschalte, dann seht ihr, was er da tut. Er tut die ganzen Haut. Da habe ich noch Restsommerbräune drin. Das ist dann manchmal so ein bisschen fleckig. Und dann hat man vielleicht so ein bisschen viel Falten schon drin und alles. Und wenn man dann eben die Haut ein bisschen glättet, dann wirkt man halt einfach gleich nochmal fünf bis zehn Jahre jünger. Und da gibt es halt auch Regler, die eben hier auch den Glanz auf der Stirn, den könnte man hier noch weiter reduzieren. Und das funktioniert auch relativ gut. Und sehr schnell vor allem. Sehr unkompliziert. Man hat sich hier auf die Regler konzentriert, die man wirklich braucht. Und nicht auf Spielzeug. Jetzt könnte man hier noch Make-up hinzufügen. Zum Beispiel Hauttönung, aber auch Rouge. Ich könnte mir jetzt hier ein Rouge auftragen. Ist natürlich für Karneval ganz praktisch. Und natürlich aber auch für Modefotografie. Aber es ist auch schon so, wenn ich mir jetzt hier 15% Rouge auftrage, wirkt es trotzdem lebendiger. Es wirkt einfach, ja, es wirkt rosiger, es wirkt frischer. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man belächeln sollte. Das ist ein Regler, der schon ernst zu nehmen ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, Leute, ich speichere euch das jetzt mal ab. Ich gehe jetzt mal hier auf Speichern. Und das Schöne ist, wenn ihr da oben jetzt auf Speichern geht, dann ist das automatisch eurem Lightroom-Katalog hinzugefügt. Wie gesagt, wenn ihr mit Lightroom arbeitet, das ist ja hier jetzt mein zweites Programm. So, jetzt wenn ich das mal vergleiche für euch. Ich habe hier links das TIF von, also es wird ein TIF dann gleich rausgegeben an Lightroom. Das sind Welten. Also ich sehe es jetzt hier halt auf dem 4K-Monitor. Ihr müsst jetzt rangesucht bekommen von mir. Aber allein jetzt sehe ich schon, es sind Welten. Die Gesichtstöne sind nicht so grünlich. Es ist schön weich. Es sieht sofort schärfer. Die Augenpartie ist schärfer. Es ist toll. Also so, und wenn ihr das jetzt vergleicht. Rechts ist das Gefängnisbild, mit dem wir gestartet sind. Und links ist die Ein-Klick-Korrektur. Anders kann ich es nicht nennen. Ich habe eigentlich nichts verändert. Und wenn ihr Lust habt, da noch was zu verändern, dann habt ihr gesehen, was ihr jetzt für Möglichkeiten habt. Ich zeige euch jetzt den Silas nochmal. Wie gesagt, unbedingt seinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr interessiert seid an Camping-Themen und Wohnmobil-Ausbauten. Er hat sich ja auch schon mal einen Offroad-Camping-Anhänger ausgebaut. All die Videos findet ihr bei ihm. Und jetzt gehen wir hier auch mal. Das ist komplett unbearbeitet. Wir gehen jetzt hier auf... Wir arbeiten in Radiant. Genau. So, und jetzt passiert Folgendes. Er macht jetzt auch hier... Wir bringen ihr Bild zum Strahlen. Ist ja immer der Slogan. Übrigens, wenn ihr an dem Programm interessiert seid, 10% Rabatt unten über meinen Link. Wenn der Link nicht gleich funktioniert. Manche haben gesagt, ich habe da drauf geklickt und nichts passiert. Dann probiert den mal zu kopieren und manuell in den Browser einzufügen. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Das wird manchmal ein bisschen gesperrt vom Browser. Irgendwie erkennt er das nicht so richtig. So, hier wieder das Gleiche. Er nimmt Mensch. Und Mensch? Nein. Ich nehme Portrait weißer Hintergrund. Der Hintergrund ist nicht weiß. Aber was Radiant wahrscheinlich damit meint, ist Studiosituation. Und da nehme ich jetzt mal menschweißer Hintergrund und Wahnsinn. Das ist echt krass. Also hier schaut mal. Das ist irre. Das war es vorher. Und das war schon ziemlich gut. Aber wenn man das dann danach sieht, sieht man, es gibt einen riesen Unterschied. Gerade diese leichten Flecken, die er noch hat hier, die werden halt einfach eliminiert. Und wem das zu viel ist, der geht halt dann hier im erweiterten Modus auf Gesicht. Sagt vielleicht, Haut ist mir ein bisschen zu glatt geworden. Geht mit der Klettung nochmal 5% oder 2% zurück. Ist ja jetzt egal. Aber guck mal. Vorher, nachher. Es macht so viel aus. Auch seine Augenschatten. Wie schön das angefasst wird. Es ist wirklich ein sehr ästhetisches Bild geworden. Ohne jetzt das Ganze viel zu stark zu verkünsteln. Und achtet mal auch auf den Hintergrund. Der Hintergrund ist auch leicht heller geworden. Und das könnten wir jetzt über die Tiefen- und Helligkeitsregler hier noch steuern. Das ist alles sowieso ganz klar. Aber das wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Für alle diejenigen, die da mehr Lust haben. Oder für all diejenigen, die noch neugierig drauf sind. Einfach auch mal zu zeigen. Es ist nicht nur so mein Part, den ich häufig fotografiere, Natur und Wildlife. Sondern hier geht es halt auch darum, dass ihr geniale Porträts. Und ich habe jetzt kein Preset draufgelegt. Wir könnten jetzt hier die coolsten Presets noch drauflegen. Die dieses Programm auch beinhaltet hier auf der linken Seite. Oder bei Color Grading, der dritte Reihe da oben. Da habt ihr jetzt ja hier lauter Presets. Wir könnten jetzt hier ein absolut cooles Schwarz-Weiß zum Beispiel draus machen. Und das ist auch cool. Natürlich könnt ihr das in Lightroom auch. Aber da müsst ihr euch schon auskennen. Also wer jetzt gar nicht mit Retouche von Leuten vertraut ist, der braucht den Lightroom schon ein bisschen Einarbeitungszeit. Dass er weiß, welcher Regler macht was. Und wenn ihr halt so gar nicht programmaffin seid, dann ist das vor allem dann auch sehr, sehr cool. So, mir hat es Spaß gemacht, euch das mal zu zeigen. Wie gesagt, klickt unten auf den Link, wenn euch das Programm interessiert. Die Startseite ist erstmal englisch. Wenn ihr dann aber auf diesen gelben Get Radiant geht, dann ist die Seite wieder deutsch. Also nicht erschrecken. Das ist soweit eben ein kleines Hindernis, an dem die Entwickler noch arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch eine schöne Zeit da draußen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.